Meine Frau, mein Auto, mein Haus, mein Sportwochenende auf Hauptstadt-Sport.tv. Diesmal besonders hochwertig. Ein gutes Tröpfchen bekommt man bei den deutschen Sommermeisterschaften im Wasserspringen und dazu wird Akrobatik, Körperspannung und jede Menge Mut gereicht. Für alle Genießer des Hockeysports wird dieses Wochenende ganz besonders spannend. Blockbuster reif der Kampf um die letzten beiden Playoff-Plätze. Ein Zweiteiler entscheidet nämlich, ob die Herren vom Berliner Hockey-Club zur Endrunde nach Hamburg fahren können. Die Endgegner. Einmal der Klub an der Alster und dann am Sonntag der Showdown gegen den UHC Hamburg. Die Ladies müssen übrigens gegen dieselben Gegner ran, deren Weiterkommen ja bereits gescheitert ist. Trotzdem blicken wir nochmal zurück und zeigen euch die Saison der Hockey-Mädels. Die Hauptstadt-Sport.tv auslese an deinem Sportwochenende auf deinem Hauptstadt-Sender. Absolut hochwertig, super spannend und feinster Spitzensport. Das siehst du natürlich wieder nur hier, Hauptstadt-Sport.tv. Klick rein!